Hallo wieder zu NX-Halsbeck und wir steigen ins Training ein. Okay. Das Video lassen wir mal laufen. Diesmal. Ja. Freut mich wirklich. Man will immer, dass es die Kinder besser haben als man selbst. Okay, ich würde gern mit dir über was Wichtiges reden. Oh, das ist schon wieder. Nicht hinsehen, aber ist das nicht das Mädchen aus der Kabine? Kim, was willst du hier? Weiß er Bescheid? Kim? Gab wohl nie die richtige Gelegenheit. Ich wollte dich schon lange treffen. Ich konnte es nicht glauben, als Dad sagte, dass du herziehst. Dad? Was? Du hast es ihm nicht gesagt? Alex. Warte, das ist meine Schwester. Alex, ich wollte warten, bis du dich eingelebt hast. Du musst dich auf den Fußball konzentrieren. Soll das ein dummer Witz sein, Mann? Genau das frage ich mich auch. Du hast es ihm ernsthaft noch nicht gesagt. Ich, ja. Das, das ist alles zu viel. Ich fass es nicht. Alex. Ah, ich brauche einen Moment. Äh, ja. Hm. Okay, ich dachte, ich hätte die Geschichte ein bisschen geändert. So. Hm, 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 hm. So. Dann wollen wir mal weiter machen mit dem Training. Wo ist das Training? Also gut, totaler Einsatz, totale Konzentration. Los jetzt. So. Noch weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne. Passend. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Über die Mauer. Ui. Also über die Mauer, dachte ich schon. Äh. Äh. So. Ist doch nicht leicht. Zwei. Zwei, vier, sechs. Tripling-Szenario. Ui. 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 Na gut. Versuchen wir's Beste. Ah. So. Hm. So. 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 Da war doch gar nicht so schwer, musste man nur ein bisschen konzentrieren, aber das Treppenkrieg... Oh! 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 Oh ja, geht hier Exzellent geschafft Oh Oh doppel-exzellent, was sagst du denn? So Yeah, except for on the field. Been MIA in too many matches recently. You need to get your head in the game and start playing like you can Hmm 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 Oh Hmm 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 Ah Hmm 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 Ich bin doch nicht mehr. Oh Gott! Schade, aber schöner Pass hier auf Sardes wieder. Schlechtes Stellungsspielen, ich fahre nur ein paar Zentimeter hinweg. Ja, das war zu stark hier. Netschert. Ah, fuck. Ah, wow, 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 wow. Ah, wow, 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 wow. Naja, Optima war es auch nicht. Ah, okay, Intuition. Zwei Minütchen drüber und da war auch abseits. Und das ist die Halbzeit. Oh, wow, 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 wow. Und auch noch schlechtes Timing dazu. Oh, wow, wow, wow. Oh, Sardes ist raus. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. Oh, wow, wow, wow. aber wenigstens so sind gemacht hast wo die eine vorlage Ah, ein veganer Tag. Oh, Gott. Achtung aufs Absatz, ja. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Insgesamt viel zu wenig gegen die Heapen Kanadier. Wenigstens stimmte die Bewertung. Aber der Rest, naja, naja. Alex, meinen Glückwunsch. Mit dem heutigen Ergebnis sind Sie in den Playoffs. Und das sah bei Ihrer Ankunft bei den Galaxy ja noch ganz anders aus. Jippie. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg? Ja, ich fühle mich echt großartig, wirklich. Das muss man dem Team lassen. Nur sechs Spiele zuvor standen wir vor dem Aus. Und jetzt sind wir hier. Aber jetzt geht die richtige Arbeit erst los, denn wir wollen bei Saisonende die Trophäe. Wie immer ein Vergnügen, Alex. Ebenso. Also, wir müssen das Kapitel nicht nochmal spielen. Ja, zum Glück. Was ist denn glücklich? Ah, ade, bitte. Oh, nein, bitte. No, es ist so glücklich. Ach komm, Nuss-Angelaus muss sein. Boah, dicke von mir die natschen. Dabei habe ich die doch geschafft. Noch nicht tausendprozentig. Ach nee, sind ja... Seid ihr fit? Konzentriert? Okay, heute arbeiten wir an den Flanken. So. Oh ja. Direkt, direkt! Na ja. Flanke Grundlagen. Oh. Lass den Ball laufen! Oh. Excellent. Toch noch geschafft. Hm? Okay, das reicht erst mal. Ach, die Mutter. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Für jede Partie ein neues Zuhause. Äh. Na ja. Gut. So, Chicago Fire mit Schweinsteiger wieder. Wenn wir gewinnen, kommen wir vierter... na ja. Okay. Geht nur um fünf oder sechs. Ah. Ah. Gott. Na ja. Holster! ein hunter tor so da konnte der torwart nix machen 1 0 durch hunter so und oder karri dann schritt das mach es du Oh Gott, was für ein Geburke hier, naja gut. Da war Schweini mal am Ball, Luchino, da fängt der Schweinsteiger dem Ball ab, für mich gedacht Los Santos Wow 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 oh oh Oh, ist das ein bisschen am ruckeln bei mir. Super, ob die Mitte mein Rechner nicht will. FIFA 18. Oh, Nikolic! naja wenigstens die führung durch hunter selbst und es ist noch immer am um stottern bei mir schon gedacht von sardis schweinstein jetzt in der stadt nein der macht chicago das 1 zu 1 la galaxy number 11 jesse sardis to be replaced by number 10 giovanni dos santos goal chicago fire number 11 david akar boah mann so was gibt es da für eine ansage wo die eine vorlage gewinne das spiel gar nicht ja dann ja 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 Nummer 19, Julini, entering the match. Nummer 8, Michael Manny. Reicht doch? Nummer 13, Juli, entering the match. Nummer 6, Asia Research. Nummer 20, Juli. Ja. Ja. da wird es ein bisschen sehr bedränglich und dann gebe ich das zurück haben wir beides haben wir schon mal die sache mit dem pass erledigt wird nur noch die sache mit der musik den löw muss ich so schön auf allexantrini und alexantrini macht das 3 zu 1 noch so schön und dann auf Pfosten und dann schön reingekräzt hier toll 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 um center please give the round of applause for today's nail of the match number 29 alex hunter wow körper aus namens und das spiel ist gewonnen men of the match top arbeit die leck leistungen perfekt als so hier alex spieler des tages riesenleistung heute von ihnen ihr kommentar zum spiel naja ich habe zehn tolle mitspieler da ist der spieler des tages nicht wirklich verdient ausschlaggebend war also vor allem das team absolut egal wie gut man ist ein spieler ist nur so gut wie sein team denn fußball ist ein teamsport im ernst beim spieler des tages geht es um die beste mannschaft und nicht um einen spieler vielen dank für das gespräch alex klar cool geantwortet so keine neuen attribute also zurück nach hause tabelle fünfter platz und gefährdet in den playoffs ja schuhe wieder neue die nach jedem spieltag aussehen start start unschiff unschiff outfit so so okay dann habe ich meine post lesen um unschiff so Ja, wie es weiter geht, seht ihr das nächste Mal wieder. Tschüss.